Das andere Video ist abgebrochen, es tut uns leid, aber jetzt kommt Teil 2 vom Film. Weil wir halt so dumm waren. Die Kamera hat mich scharf gestellt und deswegen habe ich aus Versehen auf Video beenden gedrückt. Aber jetzt geht's weiter. Wir sind gerade bei der Stelle, wo sie Minato wiederholen sollen. Ja. Also, ihr Kiddies wollt... Ihr könnt Minato nicht zurückholen. Sie sind viel zu schwach. Sie sind zu schwach. Ich stimme dir zu. Wir sollten die Göttin holen. Ähm, welche Göttin? Also, unsere Gottheit ist da. Ähm, Celestia? Genau. Eure königliche Hoheit? Sie sind viel zu schwach, um Minato zu holen. Ich irre mich aber nicht. Das ist Minatos Sohn. Der Typ, der kann Minato zurückholen und nur er. Also, Milady, nichts für ungut, aber sie sind echt hässlich. Oh oh, ich glaub, ich hab sie wütend gemacht, schau. Sein Ernst? Ihr war nur unwitzig. Ich bin natürlich noch... Ja. Also, es tut mir leid, eure Hoheit, aber ich kann Minato nicht zurückholen. Sag mir erst wie. Und ohne, dass ich dafür sterben muss. Ohne, dass ihr dafür sterben müsst, müsst ihr eure ganze Magie zusammentun. Und... Erstmal wird die Erde explodieren und dann kommt Minato zurück. Wir sollen unsere Heimat dafür zerstören. Ja. Euer Stall zum Beispiel. Für meinen Vater. Nö. Gut. Sie sind nutzlos. Schafft sie ab. Aber dann kommt er nie wieder. Wir versuchen es einfach mit anderen. Das ist der einzige lebende Nachkomme von Minato, der noch auf dieser Erde existiert. Ohne ihn wird es nicht klappen. Währenddessen bei Minato im Himmel. Fuck, was machen die da? Sind die eigentlich dumm? Ich lebe noch, ihr kleinen, untalentierten Bastarde. Junge. Ich hoffe, ihr könnt es schaffen, ihn zurückzuholen. Moin, Celeste. Du hast dich ja echt verändert. So zickig hatte ich dich noch nicht mal in Erinnerung. Minato! Ah! Bleib weg von mir. Du bist eklig. Du wolltest gerade meinen Sohn töten. Also erst mal weg mit dir. Du näherst nämlich. Ciao. Bye. Wow, sehr weit. Ja. Das gibt eine Eins plus mit Sternchen. Äh, geh weg von mir. Geh weg. Und zuletzt Celeste. Tut mir echt leid. Ich dachte echt, du magst mich. Oh, ihr geht weg. Ich seh dich eh. Also, Kiddies. Geht euch gut? Ja. Ich dachte nicht, dass mein Auto so hässlich ist. Hallo, Minato. Du bist komisch. Aber eigentlich sind diese Wesen da vorne, die ich gerade weggekickt habe, eigentlich sind sie nur Dreck. Naja, aber sie sind halt viel stärker als ihr. Moin, Söhnchen. Hi, Dad. Na ja, lebst du jetzt eigentlich wieder? Nö. Hey. Also, ich werde meine Magie auf... Dich! Au, Dad. Das war jetzt echt nicht nett. Dich! Aua! Und dich! Ah! Wieder. Übertragen. Dann werdet ihr drei meine Nachkommen, sozusagen. Naja, ihr kriegt jedenfalls meine Magie. Mein Sohn kriegt am meisten. Dad. Kannst du mal damit aufhören? Alles wird übertragen. Das fühlt sich komisch an. Mein Bauch kribbelt. Okay, ich bin leise. Teleportieren wir uns zwei nach Hause. Pfff! 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 Auf! Ah! Bin da! Das Teleportieren wir uns anders. Oh mein Gott. Ich bin fast explodiert. Ich auch. Naja. Können wir jetzt bitte einfach nur Pferde bleiben? Ohne diese ganzen Minato-Extras. Hm. Es sei denn, die Erde ist in Gefahr. Das musst du uns schwören, dass du uns dann hilfst. Ja. Du bist jetzt sehr mächtig. Deswegen brauchen wir deine Hilfe. Ja. Okay. Also Leute, das war's mit dem Film. Erstmal. Vielleicht kommt noch ein Teil 2 des Films. Teil 3. Teil 3. Teil 3. Teil 3. Und nur so kleiner Spoiler. Mit der Typin, da werde ich dann zusammen sein in Teil 3. Mann. Zum Glück bleib ich Single Like a Prinket. Ja, so. Also bestimmt kommst du dann noch mit dem hässlichen Typen zusammen. Bist du dumm? Hallo. Also das war's. Ciao. Vergesst auf gar keinen Fall zu liken. Und zu abonnieren.